So, wir probieren es noch einmal hier. Mordor war der Schauplatz weit tragischere Schicksale als des Unseren. Schicksale derer, die jegliche Hoffnung auf Erlösung aufgegeben haben. Wir teilen dieses Schicksal nicht. Wir Waldläufer, entzündet das Leuchtfeuer! Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser? Das war's für heute. Das war geschafft. Okay. Ist er schon? Das war's. Das war's für heute. Ist das schon? So, okay. Ich muss das Signal. Das Einzige, was noch übrig ist, ist ein Kitz der voll verrotteter Fische. Das Einzige, was noch übrig ist, ist ein Kitz der voll verrotteter Fische. Okay. 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 Jetzt schaffen wir es aber. So, den letzten und den müssen wir... Yes. Okay. 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 Das ist da hinten noch ein Auftrag aufgetaucht. Okay. 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 Das Schal. Okay. 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 Was ist das? Okay. Good. 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 Gut. Gut. Sehr schön. Und auch jetzt hier beim Schwert wird was dazu graviert. Das heißt wir haben auch hier die Hälfte schon erledigt. Aber das sehen wir eh hier. Da hat euch Legenden, Schwertlegenden, Überlebens-Rausforderungen. Ach so, das ist das mit den Wurzeln. Okay, das können wir dann noch machen. Das mit den Jagd-Herausforderungen habe ich noch nie gesehen. Da haben wir auch schon viel eigentlich. Aber wie viel? 4 Hälfte noch mal. Ja, wenn das so ist, dann werden wir wirklich schauen, dass... Ich habe gehört, wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen isst, steh... ... . Sergent? So schön. So, na dann. Da haben wir noch einen durch. Dann werden wir hier hinreisen. Und das war es auch mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschau.